Ja, liebe Leute, willkommen zurück zur nächsten Fußballmanager-Folge, ups, äh, Krisengebiet FC Dito gegen, äh, SC Pfullendorf. Und ja, wir haben ein paar Aufstellungsveränderungen gemacht und ich muss sagen, von der Form könnte das heute sogar noch was werden. Ähm, Marvin wird mal wieder der Joker, denke ich. Ja. Äh, schau mal auf die Reservebank, was... Kevin Schäffel, was macht der? Michael Leeds. Zum Beispiel Sören Seidel raus, bring Michael Leeds, oder ne, Kevin Schäffel, bei der... Und, ja, Marco Deigendisch, wolltest du reintun, eben noch? Ja, soll ich jetzt? Kannst du machen, wir versuchen's. Ansonsten tun wir ihn schon der ersten Halbzeit raus. Ja, selte. Ja. Guck mal, Stellos Papas ist mittlerweile besser als, äh, Marco Deigendisch. So, aber hier, Florian Buchholz. Offensiv ist Mittelfeld. Hm. Aber warte mal, darf ich kurz... Vielleicht könnten wir nur Jan Öz, wenn er wirklich länger... Weil der hat noch kein Tor gemacht, soweit ich weiß. Vielleicht hat hier irgendwer... Ähm, äh, nein, Team, genau. Einen guten Stürmer, der vielleicht genauso gut ist und mehr Tore macht, dann könnten wir einen Spielertausch machen. Zum Beispiel, guck mal hier, Adam Yabiri zum Beispiel. Ja, aber du schaust ja auch nur auf die Tore, das hat... Das nützt uns ja nicht viel. Ja, aber wer mehr Tore macht... Ja, dann treffen wir auch wieder nicht. Das ist ja auch wieder genauso... Aber das hat viel besser. Nein. Ich schaue mal. Erstmal lassen wir nur Jan Öz laufen. Ähm, mit Alexander Hoppe, das ist ja unsere Startsturm... Ähm, Dings, weil... Ich bin ja immer noch draußen, das finde ich Punkt, ja. Ja, weil der Kevlar geht momentan ab. Holmann. Ich mein, äh, Abwehr, oder? Wo ist Litsi-Mitsi? Ach, ne, der hat auch eine Acht. Hier, guck in der Abwehr, da bin ich wieder besser geworden. Wut, ist er weg. Genau. Da. Ah, 49, echt? So, okay, ja, das sollte die Aufstellung sein. Hey, Kevlar ist schlechter geworden. Ja, der, der hat aber jetzt noch einen Punkt gewonnen. Der rasiert momentan. 86. Oh, scheiße, das ist echt noch spürt. So. Warte, wir reden nochmal mit Dying-Dash. Vielleicht lässt sich da noch was rausspringen. Wie geht's dir eigentlich? Das interessiert mich mal. Ich kann verstehen, dass es hier viel zu tun gibt. Mir geht es gut. Na, noch. Wenn du weiter so schlecht spielst, geht's dir bald nicht mehr gut, weil wir dich verkaufen müssen. Mach mal da unten, da sind zwei Punkte dazugekommen. Ja, das haben wir schon gemacht. Das bleibt dann trotzdem stehen. Okay, das ist unsere Aufstellung. Ich schau hier nur kurz rein, ob da irgendwas... Ein bisschen mehr Pressing müssen wir machen. Es geht jetzt um alles. Schau mal. Wenn wir 100 Euro jetzt machen, Siegprämie. Ob sie dann drauf anspringen. Mach mal ganz wohl. Ach komm, gebe ich manuell an. Hier noch eine Null. Oh. Ja, die falsche Null. Das war falsch. So, wichtigstes Spiel des Jahres ist es bestimmt nicht. Ganz vorsichtig tasten wir uns ran. Und die Ecken müssen ein bisschen länger kommen, aber nicht so lang. Ein bisschen länger. Und eher höhere Flanken. Weil was willst du mit flachen Flanken, wenn die Leute den Ball nicht annehmen können? Speichern hast du nicht. Egal. Aber wir schauen erstmal, wie es klappt. Können wir immer noch speichern. Okay, das ist unsere Aufstellung. Ja. Alle Aufgaben sortieren. Papas ist jetzt der Kapitän. Naja. Er macht Elfmeter. Marvin. Ähm. Top-Spieler rotieren, natürlich. Ähm. Okay. So, wir spielen natürlich im Heimtrikot. Ja, Saison bisher. Aber vorm, da geht was. Ja. Wir müssen durch... Wir müssen heute unsere Chancen nutzen. Ähm. Ja. Der Sieg ist heute möglich. Nee, weiß ich nicht. Gegen den Neunten. Gibt euer Bestes. Das sagen wir auch so oft. Gibt euer Bestes. Ja, was sollen wir denn anderes sagen? Sollen wir sagen, ihr gewinnt, ja. Ihr gewinnt alles. Ja, ja, Prost. Ich dachte schon wieder. Der SC, äh, der SC-Vollendorf hat im letzten 21. Liga-Spiel keine Gerd-Pro-Karte mehr erhalten. Der SC-Vollendorf hat sich während der letzten vier Spieltage in der Tabelle um drei Plätze verschlechtert. Der SC-Vollendorf hat sechs Spiele nicht mehr gewonnen. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Ja, das ist doch schön und abhängig. Aber ein Unentschieden, das wäre cool, gegen Vollendorf. Ja. Ja. Hey, den 16. Februar haben wir. Ah, im 12. Februar. Ähm, Mann. Aber nächste Woche ist dann wieder so weit. So, hier ist die Aufstellung mit Länderville, Otto, Fanker, Deigen, der Straf, die Kessler, Holmer, Neitzel, Rudi Hans, Popper und Rudi Hans, der Werte von Dorf, die aufgefällt mit Wilbitt, Falkmeyer, Schiehen, Kuntert, Straub, Hepp, St. Kone, Oh Gott, Frick, Benterisch, Schmetzler und Bitterklar. Die Wurz immer vorliest. Und ich darf's nie. Und wer. Ja, das fängt doch mal gut an. Die Wurz ist jetzt für uns. Ja, das ist auch alles schon gut. Gut so gut zu uns aus. Ganz gut. Pachpass, wieder gut. Na ja, das sind die ersten Minuten. Erstmal finden, Neitzel. Hopfer wird wieder gefault, das sehen wir auch hier das Spiel von ihm. Er wird sehr oft gefault. Er geht aber auch ziemlich schnell zu Boden. Der Höpfi. Höpfi, 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 Höpfi. Opfer halt, ne? Wenn der Hopfer Lupfer macht, dann nenne ich ihn Lopfer oder... Äh, Hupfer, Lupfer. Ich weiß nicht. Höf, der holt sich hier den Ball fast. Der Hopfer ist ja ein Opfer, deswegen fällt er ja aus drunter. Das, äh, Gunter heißt er. Der, der ist Gunter-Bunter. Ah. Der ist Gunter-Bunter als der Gunter. Den Namen gibt's ja meistens auch. Ja, ich glaub, den gibt's nicht. Kann sein. Die in der Regel habe ich ja, ich meinte, dass du dann nicht. HSM. Ich bin klar von H3. Ja. HSM ist bei dem Film. Ist nicht so mit der Film, aber weiß ich nicht. Hab ich schon in Erinnerung. Horstie? Ah, gut, er kommt an. Ös, was macht der denn da? Schass, ich hätte lange keine Flanken mehr, ne? Deswegen war müssen wir sowas nicht eingestellt haben. Hopfer, komm, sei schneller. Schade. Egal, Einwurf. Oh, ich hab's getrunken. So. Hier ist Kevlar. Super Flanke, aber Tobias Leuchter zu weit zurück, sonst hätte ihn die bekommen. Aber, äh, Kopfball kann ich wahrscheinlich eh nicht. Ja. Deshalb geht das schon so in Ordnung. Hopfer, holt noch den Ball. Ja, in der Abwehr sind sie durchlagskräftiger als wir im Spur. Und da ist Wildbart, oder Wild, Wildbald. Das wäre ein cooler Fußballmanager-Fail gewesen, aber leider nicht. Nur unsere Torhüter haben Fails oder so. Ja. Na ja, Hopfer. Hopfer, kommt, passt gut. Hat zwar lange gewartet, aber okay. Kommt, kann ja flanken. Fast. Ne. Ne. Wegen hier so ein bisschen höher als sonst. Egal. Die war nur einmal vor unserem Tor bis jetzt, Füllendorf. Ja, in 23 Minuten. Das ist schon mal gut. Oh, da wäre es gewesen, aber zu weit die Flanke. Ich muss gleich was holen. Wenn du da bist. Ich führe jetzt ein Statistik-Heft. Ja, das war glücklich. Ja, hätte ich nicht gedacht sein. Ja, du da hast, er keine Schuld, der will, ist einfach nur wieder zurück, hier schnitzend. Jetzt geht's ab. Ja, hier ist, au, der wird das mal gut, kommt dein, der ist schlecht von deinem, der ist schuld. An diesem Tor. Da schauen wir uns noch mal eine Zeitflüge an. Silvio Bataglia. Ja, ganz toll. Slenderman hat keine Chance. Das schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an. Was möchten wir nochmal anschauen? Ach, weiter. Guck, hier, da, da ist Deigen, der, bei dem Spieler ist da, ist er, der läuft jetzt mit dem. Und dann stoppt er einfach. Hm, ja. So ein bisschen. Was geht denn da ab? Ja, ja. Error. Und dann ist der Ball drin. Es war zwar ein gutes Tor, gut geschossen, aber ganz ernsthaft. Deigen, das hat er die Hauptschuld und hat wahrscheinlich auch wieder eine 4. Ich dachte schon. Tobias. Wir geben heute zu schnell den Ball ab, wahrscheinlich weil die Abwehr von denen ziemlich gut ist. Deshalb kann das sein. Aber das ist generell so ös. Komm, pass, 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 pass. Ja, gut. Hopfer. Oh. Das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet, das war so verzieht. Das waren genau 11 Meter. War ziemlich perfekt. Aber es kam auch aus. Aber Öz hat das richtig gut gemacht. Ja. Es kam, der Schuss von, der Schuss von Hopfer kam auch aus dem Dreh. Bending. Schnitzler. Gut von Papas. Stabil. Leitet einen Eingriff. Öz, komm, heute bist du gut drauf, heute machst du was. Deigendash. Oh, der wollte, nee, richtig nach vorn, naja. Und hier Otto. Komm, Frank. Otto ist heute etwas lahm. So, der ist immer. Ich hab halt. Tervla. Tervla ist jung und frisch und gibt's... Nee, 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 nee. Vor zwei Spielen hatten wir ja einen Elfmeter, der nicht gegeben wurde, hab ich nur heute nochmal angeschaut. Doch, vor zwei Spielen, das war... Nee, das ist Freistoß. Im, äh, 16 Meter Raum, aber wir haben keinen Freistoß bekommen, äh, keinen Elfmeter. Das war Herrscher, das war Herrscher. Aber es gibt, müsste Freistoß gehen. Den Schieß, kann sein, das ist... Hopfer. Oh, Otto. Was war das jetzt? Er hat Handspiel gemacht, wahrscheinlich. Nee. Doch, sieht so aus. Doch, Handspiel, warte. Doch, da hatte sich den Ball selbst an die Hand da gespielt. Naja, es wär gut gewesen, aber natürlich muss er dann den Ball an die Hand spielen. Ja, weil kann ja nichts dafür. Ist jetzt halbzeitgleich. Komm, Feißab. Da, Alter, da geht was. Komm, Öz. Jetzt feißt er wahrscheinlich hierher. Hopfer. Hopfer legt sich den Ball weit vor. Glück gehabt, Öz. Das wär's gar nicht so. Wieder Hopfer. Ja, komm, Hopfi. Ich glaub, Hopfer muss heut raus. Der hat nen Links drin. Der, der ist Links-Fan. Der ist kein Sechster. Radikaler ist links. Das geht so nicht, also. So schießt er heute kein Tor. Da müsste Marvin aushelfen, denk ich. Ja. Dann können wir sogar heut noch gewinnen. Ups. So. Wie ich erwartet hatte, Hopfer mit ner 4. Fast alle mit ner 4. Ja, aber das kann man ja. Horst die mit ner 2. Das ist doch mal ne schöne Nachricht. Aber Alexander Hopfer würde ich jetzt schon raus, äh, nehmen. Für Marvin, dann, der, äh, der Stürmer und trifft heut nicht. Und Marvin ist der Joker. Ja. So. Dann. Erst, den, den Rest lassen wir laufen. Das sah ganz gut aus. Ja. Wir zeigen Dash nicht, aber, mal schauen. Das war nicht der Matchplan? Eigentlich nicht. Das war nicht der Matchplan. Ja. Ja. Und jetzt der Horst, die loben. Hat sogar gutes Selbstvertrauen. Der geht heut steil. Ja. Ja, nochmal zwei Moralpunkte. Das läuft bei dem. Dann auf jeden Fall müssen wir noch Neitzel und Kevlar motivieren. Die sind wichtig fürs Aufbauspiel. Der hat ein hohes Selbstvertrauen, Kevlar. Und Daigendash. Den würde ich, ich würde ihn noch motivieren. Das ist Harschaf an der Grenze. Zu ner 4,5 denke ich. Aber das würde ich auch motivieren, dass schlechtes Selbstvertrauen. Komm. Nur die Moral ist jetzt ein bisschen schiefgelaufen, aber, äh, Tobias, Neitzel und Otto. Neitzel und... Reinigster Hund. So, das klappt. Teamwork ist wieder schlechter. Ja, aber... Ah, du bist ja wieder ein ganz Witzereiter, so wie er es hier. Ayurveda oder Chiaz? Ja, ja. Ich hoffe, Ayurveda. Chiazoo gefällt mir nicht so sehr. Wechsel. Das ist Marcin. Und ich hoffe, der bleibt sich draus. Der feiert sich bei den, äh, bei den Pullendorf-Fans. Oder ich weiß gar nicht, es war Geld, das war eigentlich unsere Frage. Ja, das ist unser Stadion. Stimmt. Auf Leizen, komm mal jetzt. Das hat was gebracht, die Ansprache Marcin. Ah, schade. Schade. Aber der fängt ja schon gut an hier. Kann man so meine Sorte? So Fakt wieder los. Jawohl. Ich möchte mir noch bitte anschauen. Ich habe einen Schuss, aber nicht allzu hart, oder? Nee, der war's, der war noch zu weich. Ja, ein bisschen. Und nicht platziert. Ja. Egal. Oh, komm's da. Vielleicht macht Kevlar ja noch ein Tor, der kann ja auch schießen, bekanntlich. Marvin, da hinten. Otto, eigentlich hat er doch gut gespielt, halt. Komm, Leute, das geht ja noch mal. War ja auch nicht schlecht. Hier Otto, bester Spieler heute. Bis jetzt. Vielleicht reißt Marvin. Dann noch was. Kevlar. Der ist auch besser geworden zur ersten Halbzeit. Marvin. Und jetzt auf... Schade. Ich habe mich aber gerade noch abgekrischt von Fullen-Börfer. Und der geht wahrscheinlich aus. Fullen-Börfer. Fullen-Börfer. Schade, da. Hätte ich eben fast schießen können, wenn da nicht so einer blöd gekrischt hat. Der wäre... Der wäre... Das wäre ein Eckball gewesen, aber du hast ja noch mit dem Fußball-Würf. Nee, das war ja ein Wurf. Nee, der wäre Eckball, weil du hast ja vorher noch mit dem Fußball-Würf, der wäre eigentlich in die Ecke gebraucht. Das ist so ein Stück höher. Dann wäre es aber kein Eckball. Doch, wenn ich den... Das hättest du ihn nicht berührt hätte. Deswegen, ja, du hast ihn auch in die Richtung gelegt. Oh, hier war... Der eigentlich... Ziemlich schlecht von ihm. Oh, oh. Gut, okay. Oh, Horst, die... Ach, so, Otto war gar nicht der Gute, das war Horst, das stimmt. Otto war der Schlechte. Fick. Was? Ach, nee. Hier ist Benzele. Und hier ist Schnetzler. Der Schnetzelt uns jetzt hier, der Schnetzelt die komplette Abwehr. Ich hab schon mal schnitt. Rude aufbaut, Sacklia. Oh, yeah, yeah. Starker heißen. Slendermade. Stark. Da kann man schon mal klatschen. Oh, jetzt, jetzt, jetzt muss der Ball weggehen. Das ist gefährlich, das ist ultragefährlich. Wenn Fullendorf da spielen kann, die können spielen. Ich will kommentieren, die können spielen. Oh, gut. Gut, von Deigendash. Komm raus jetzt. Aber jetzt sollten wir langsam wechseln. Ja, ich hab' die V gedrückt gerade. Marvin. Ui. Das ist gleichwertig. Aber Marvin spielt gut. Marcel. Kevlar. Yeah. Woo. Ich reiß jetzt was. Und Marcel Müller ist noch gut, aber... Für Heumann, oder? Ja. Heumann hat eine Acht. Komm. Das geht noch. Hier geht noch was. Marvin. Gelbe Karte hat er denn nicht schon gelb? Nein, das war nicht der. Ja, das war's mir schon an. Da hast du ein Mann und kriegt gelb. Ja, hier, jetzt kriegt noch einer auf die Schnauze vom Schiedsrichter, so. So ist das gut. Marvin hat eine ziemlich lässige Frisur, so stylisch. Nein. Ja, der eher nicht so, der Marcel Müller, oder Marcel Müller, oder Marcel Müller. Wieder mittlerweile schon eine weiße Fiesur, nicht mehr so eine blonde. Wie der Rechte. Marcel Müller, da... Ah, holt er sich noch wieder. Und da kriegst das Hopfen, war das glaube ich. Nee, Hopfen ist nicht mehr drin. Kapas hinter ihm... Kapas muss auch passen, der kommt aus der ersten Liga aus Zypern. Das ist, ja, echt aus Limassol. Wow, das ist weg. Das kann auch Griechenland sein. Der ist Zypern, oder? War ich nicht bei Wien oder so? Nee. Ös. Und hier bin ich. Heute nicht ganz so schnell wie sonst. So wird das nicht, heute. So wird das nichts. Schnitzel. Oh, ja. Abseitsfall ist viel zu weit vorne. Es war keine Abseitsfall. Es wäre dumm, da müssen dann eine Mittellinie stehen. Abseitsrei, meine ich. Oh, ja. Da hat die Abwehr geschlagen und gut gespielt. Ausgewürzt von Sakonik. Die Abwehrreihe ist wieder nach hinten, die steht viel zu weit. Nee, stand schon gut so. Aber die haben es einfach... Die haben... Unsere schlechten Abwehrdingen... Also, wir haben keine gute Abwehr, wir brauchen eine neue Spieler. Mit Parpass haben wir zwar schon gute Innenverteidiger, die... Wir müssen den Deinlichemarsch... ...bisschen, auf viel Fall. Weil der hat die Abwehr, das hat bis jetzt auch noch nichts gebracht. Doch, einmal hat es wieder. Aber dann hat die nicht schlechte Form bekommen. Ich glaube, da hilft auch nur noch verkaufen, noch bekommen für den Geld, weil der wird immer schlechter. Da kommt Marvin... Ecke. Das los ist. Der hat echt so... Der hat der andere noch berührt. Nee, der hat echt glattisch geschossen. Öl, jetzt fängt er auch schon an mit dem schlechten Spielen. So. Jetzt kann ich mal erklären, was passiert, wenn wir absteigen. Und zwar, unser Vertrag wird aufgelöst. Und das heißt, wir brauchen einen neuen Verein und den bekommen wir nicht so leicht. Den, wenn wir echt nur ein Verein gründen müssten... In der dritten Liga. Nee, ich würde immer noch ne-selben oder... Eins tiefer, dann würde ich mit den selben Spielern. Also ich würde die Namen dann schon so geben, oder? Weil hat man jetzt jetzt dran gewöhnt und dann neuen Namen werden bis zu drinnen. Vielleicht noch Leute, die coolen Namen haben 3-0. Na, cool, ne. Aber wenn ich's nicht viel, 0. War facklich. So, das ist heute so ziemlich schlecht gespielt. Da krabb ich schon keine Wort für am liebsten würde ich gleich die Sensor zu Ende simulieren lassen. Nee, nee. Nee, es ist unspannend. So langweilig. Das passiert hier nicht mehr viel. Wir werden wahrscheinlich kein Spiel mehr gewinnen. Wenn wir schon gegen Vuldendorf 3-0 verlieren, Vuldendorf ist auch ganz oben. Das ist neunter Platz. Aber wir hätten... 1-0 wäre noch... Akzeptables Ergebnis wäre ein unschiehend gewesen, laut Football Manager. Ähm... So nicht. Wieso? Ich hab doch... So, nochmal die Highlights. Die will niemand sehen eigentlich. So, jetzt können wir nochmal schnell reden, ja. Das war ein sehr schlechtes Spiel, fand ich. So, unser bester Spieler war noch Horstie. Mit einer 2,5, aber dann alle 4. Durchgängig 4, Martin Müller 4,5. So darf das nicht. Wir brauchen mal eine richtige Stürme, deshalb würde ich Öls tauschen gegen vielleicht einen etwas besseren, der mehr Tore schießt. Ne, wieso Öls? Ich würd... Weil der keine Tore schießt. Der schießt dieses... Ja, was glaubst du denn... Wenn kein Teamwork da ist, dann kann er auch keine Tore schießen. Ne, das hat ja nichts mit dem Teamwork zu tun. Oder die Moral wäre nicht da. Ach Gott, Minus 34, Tordifferenz ist... Ich schaue doch mal da oben, hoff mal mit der Tordifferenz von 34. Und jetzt auf den Klassenerhalt haben wir jetzt schon 8 Punkte. Das heißt, wir müssten 3 Spiele gewinnen. Und das ist fast nicht mehr möglich. Ich ging Freiburg 2 etwas drin, wobei auch nicht so sehr. Wie viel haben die denn gespielt? Wir haben 2-0 verloren gegen Mainz. Und Freiburg hat eigentlich in letzter Zeit echt nur verloren und entschieden. Und wir eigentlich auch. Ja, stimmt. Was sagen wir? Oh Mann, meine Maus schwackt gerade. Wir sagen diesmal nichts, der Marco A. aus Sietohausen meint. Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration in das nächste Spiel denkt. Ja, da hat der Marco... Da hat der Marco recht. Ah, hier sind wir leider nicht. Das war ein Zufall. Da waren wir, glaube ich, nur einmal drin mit Kevlar, aber... Noch einmal mit Starfields. Ja, hier. Schlechteste Leistung. Ever. 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 In der Durchschnittsnote 4,5. Ja. So schlecht war ich bei 14 Managers noch nie. So, hier passiert ja nichts. Liegt wahrscheinlich an mir, gell? Ich bin so schlecht. Ja, fair play. Komm. Da siehst du nichts. Gregoritsch können wir nicht holen. Das ist unbezahlbar. 17, wir sind aufgestiegen. Otto mit den meisten Karten. Und... Zwei rot... Äh, gelb-roten halt. Ja, mach weiter. Für heute. Das Duell. Horst die... Horst die war da noch. Warte. Horst die macht ein gut Spiel. Ja, der konnte 85% einer Zweikaner zu gewinnen. Der konnte mehr. War nicht Otto der Bessere? Nein. Horst die hatte die 2,5. Ich dachte auch erst. Ich verwechselt Otto. Ich verwechselt Otto mit Horst die mit Zerge. Ach so. Das Kunststück fällt mir mittlerweile fünf Spiele auf dem 6er Welt dazu verweilen, nur auf zu Pfeifenmann. Kannst du spielen? Oh. Cool. Das sieht cool aus. Cooles Ticket wird nicht bezahlen. So. Keine Freikarten für Hauptsponsor. Ja, wir geben euch ja. Mann, ey. Der eh im Blickfeld ist. Ah, Mann, der hat seinen Vertrag verlängert. Ja. Der hat eh... Der ist... Der ist... Der Jugendsponsor entdeckt. Das hatten wir schon. Ja, das hatten wir alle schon. Der Hauptsponsor ist enttäuscht, dass die in den letzten Spielen keine Freikarten zur Verfügung gestellt haben. Gut, dann kommen wir hier. Sponsor. Hier, Rheinische Post. Nicht um Geld mit den Freikarten, natürlich. Und damit wir das Stadion mal voll bekommen, hier tausend. Tausend Freikarten? Ja, komm. Das sind unsere. So, tausend. Ja, es bringt uns, wenn wir voll sind. Wenn das Stadion voll ist, was bringt das uns? Keine Stimmung. Ja, ganz toll. Der Verlin hier 5-0. Naja. Garei Wechsel zu Manchester. Ja, super. Solche Leute können wir uns halt nur nicht leisten. Ja. Das ist das Problem. Oh, gleich kommt wieder eine Hymne. Ich freue mich schon nicht. Ich muss man leider wegdrücken. Nehme, der Gamer. Ne. Die sperrt es nicht. Darfst du nicht. Das ist nicht die Gamer, die die sperrt. Sonst dürften wir das ja gar nicht runterladen. Trainingsziele erreicht. Die folgenden Spieler haben ihre Trainingsziele erreicht. Clemens gelöst. So, und. Deportivo, der... Was ist das denn? Hat die Angebote für Jonathan Lund überboten. Das soll ja ein Angebot bei 35.000. Wenn der Agent meint, dass sie... Blablabla bieten sollen. Komm, biet 40.000. Los. Ja. Ja. Was ist das denn? Jugendspieler. Das ist der Verein. Ich weiß. Jonathan Lund. Das ist der Schwede oder so. Ja. Aber wieso Jugendspieler? Jugendspieler. Aus Kalmar. Das ist die erste Liga Schweden. Der wird schon gut sein. Ja, komm. Und wenn sogar Deportivo La Coruna den haben will, dann ist der auch... Wieso 40.000? Der mich, äh, der... Von uns bei den Mannschaften sind, äh, kosten sogar viel weniger. Ich glaub. Kevlar hat viel wenig gekostet. Oder David. Ähm, was wollten wir noch machen? Wochenablauf. Also wie gesagt, die Hymnen, äh, nur das Mon... Monterisieren, so heißt sich das Jahr, so schimpft sich das Jahr, ähm, kann doch nicht passieren, aber das brauchen wir nicht. Wirklich. Noch nicht. Ähm. Jetzt hab ich's umgestellt. Oh, wie? 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 So, was müssen wir auch machen? FC Sito vor? Du drückst das Unternehmen jetzt. Nein, ich tritt die ganze Zeit. FC Sito vor? Und sie die Aufstellung von der FC Sito. Oh. Oh. 50.000, willst du nicht mehr? Nein. Wie gut ist denn der denn? Ich kann jetzt nicht leisten. Ne, da wir eh wahrscheinlich nicht absteigen, brauchen wir jetzt kein Geld mehr auszugeben. Training, der reicht. Training, der reicht. Stark. Das zweite Mannschaft. Bester Form gewinnt. Markus. Markus Kaden. Ja. Ja. Der kommt vielleicht irgendwann mal in die erste. So. Wenn er jetzt... Wie sieht's denn hier mit der Stärke aus bei den, bei den Leuten hier? Ah. Walter ist da noch der Beste. Wie sieht's denn da B-Jugend denn aus? Oh. Ja. Ne. Tu den doch mal in die A-Jugend. Mö, was geht nicht. Dafür muss er alt genutzt sein. Ach, so stimmt. Ja, die A-Jugend. Mal klar war ich ja. Ups. Ach, Leute. Mit wem haben wir denn noch gar nicht geredet? Zertil ist doch nach letztendlich gespielt. Mit Hoffmann. Was hat er denn für Ziele? Will Stammspieler in der ersten Mannschaft mal. Seine Ziele runterschrauben. Boah. Ich bin noch nicht so lange hier. Bah, das ist für mich akzeptabel. Warte, mit den anderen drei wollen wir auch noch. Ja, ja, wollte ich auch noch. Sören Seidel. Gib im Training alles. Ich bin zwar schon 40, aber trotzdem. Ja, er weiß nicht, ob noch viel Luft nach oben ist. Mike Quayle. Du hast gut trainiert. Weißt du gar nicht. Drei Moralpunkte. Also doch, wenn das nur gut Form hat. Florian Buchholz. Ich glaube, ich muss dich in die zweite Mann. Du musst körperlich stärker werden. Der hat nur 44. Hier mal her. Kann ich schon mal? So. Ich möchte mal mit den Leuten. Oh. So. Slenderman. Äh, mit Horst. Auf jeden Fall noch mal reden. Haben wir auch lange nicht mehr. Ja, aber das ist dann der letzte. Weil wir brauchen noch Gespräche, falls Spieler gut spielen. Dass wir dann mit dem dann reden können. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, es passiert nichts. Ja, weil du dauernd da rumspielst. Was ist denn für Ziele? Ich möchte fair bezahlt werden. Hm. Du hältst dich gut für dein Alter. Aber du hältst dich gut für dein Alter. Ja, würde ich ihm sagen. Stimmt eigentlich auch. Ja. Das ist doch gestimmt. Du bist aus dem Bildschirm rausgegangen. Ja. Du hältst dich gut für dein Alter. Ich fühle mich fast wie am Anfang 20. Vielleicht liegt das auch an ihrem Training. Danke. Warte. So. Was sagt der uns denn? Es gibt keinen Spieler. Lass mich doch in Ruhe. Was sagt der hier? Im Team gibt es einige Spieler, die von den anderen nicht acceptiert werden. Sie sollten überlegen, den Kader langfristig zu verändern, wenn wir das nicht anders in den Griff bekommen. Marvin. Marcel Müller. Papas ist noch der Führungsspieler hier. Wie sieht es in der zweiten aus? Oh, sehr viel. Da will ich gar nicht schauen. Und du hast Lenderin in der zweiten Mannschaft aber bei Timbo nicht. Mit den neuen. Kommen wir mal. Papas. Du bist der Ergänzungsspieler. Halt's Maul. Du bist... Stammspieler. Du hast Stammplatzgarantie. Er ist aber Spannspieler. Er hat aber auch eine Stammplatzgarantie. Ja, okay. So. Das geht ordentlich aufs Vertrauen. Ähm. Wen haben wir noch geholt? Die neuen. Da müssen wir was machen. Nojan Öz. Ne, du bist Mensch und Stammspieler. Oh. Ja. Vertrauen wir zurück. Achso, ja. Mach doch gleich noch, ähm. Hoffi. Du wirst langsam an das Team herangeführt. Sören Seydles neu. Du bist Ergänzungsspieler. Mike Whale. So haben wir jetzt nicht in der nächsten Folge gemacht. Egal. Komm schon. Wir haben 30 Minuten. Buchholzi. Ja, passt alles. Okay, das war's von dieser Folge. Und wir sagen, bis zur nächsten Folge. Eure Jungs. Eure Jungs von C2LP. Bis dann. Bis dann.